Es wäre eigentlich interessant zu wissen, ob Selen auch Dialoge für diese High-Level-Sachen gehabt hätte. Auch wenn man da natürlich unterlevelt wäre, äh, aber... Ist ja egal. Ne, ich hol mir erst mal einen Diener. Service to support main. Warte mal. Was habe ich denn jetzt alles schon wieder verpasst? Lest du die Dinger mal durch? Achso, ja, okay. Äh, fehlt nur noch das Community-Goal. Achso. Ja, theoretisch. Äh, sieht aber auch vampirig aus. Achso, ja, der Dude, ne. Höchst interessant. Hm, 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 hm. Ich bin dein Prom-Queen, ja. Hallo, Quack, 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 Quack. Okay, ich glaube jetzt, ja, okay. Ich bin, ich bin wieder auf dem neuesten Stand, Leute. Hast du was geklaut jetzt endlich? Ne, unfassbar. Ja, hm. Kann ich eigentlich auch zwei Beschwörungen einfach mitnehmen? Nein, nicht, oder? Das finde ich nämlich cool. Ne, kann ich nicht. Okay. Gut, dass ich noch nicht vom Blutfass getrunken habe. So. Ich mach mal so'n Krieger mit. Der Quack. Ja, stimmt eigentlich. Keine Ahnung. Vielleicht hat er es nochmal gemacht, ohne dass ich es mitbekommen habe. Nee, das ist nicht mehr gerade, das ist Hohlkreuz. So. Trinken. Hm. Ja, gleich nochmal, ne? Ja, vorzüglich. Genau, jetzt kann ich dem Dude denn des Dings bringen, aber wo befindet sich der? Achso, alternativ, benutze die Rune für dich selbst. Okay, man kann die benutzen. Kann man auch sehen, was sie macht. Also, hier ist er nicht dabei, ne? Element-Schild-Trank? Nee. Nee. Schlüsselgegenstände? Blutiger Mantel. Uh. Bin halt einen mächtigen Feuerzauber, benutzbar. Ja, gut, das ist jetzt aber nicht sehr genau was. Alter. 66% höhere Verkaufspreise? Nice. Ja, ich weiß nicht. Also, ich meine, Asuka ist mein Feuer-Dude, aber damit hält er uns ab. Ich habe mir überlegt, heute, dass ich mal demnächst vielleicht einige Sachen über Community-Goals einfach mache. Also, fast so abstimmungsmäßig. Einfach so, ja, spiel mal Dark Souls oder so ein Schmarrn. Oder so zwei, drei Sachen gegenüberstelle. Und das, was halt als erstes voll wird, wird halt gemacht. So könnt ihr euren Scheiß ausgeben. Dark Souls no death run. Ja, easy. Was mache ich denn hier gerade? Ach so, ich will gucken, wo dieser... Atronus. So, wo ist Atronus? Ich zeig dir dann, wo der Hammer hängt. First try. First try no death run, oder? Was kriege ich? Nur noch 20k. Scheiße. Ich habe auch nur noch unendlich. So, was habe ich gesagt? Atronus, ne? Ganz links. Ist doch gleich nebenan. Bussi aufs Bauch, hier? Ja, aber nur live und streamen. Ja, wobei, ja doch, würde ich nehmen. Hat mir jetzt live. Was ist denn hier los? Warum ist denn da eine gelbe Fahne? Und wieso speiche ich alle drei Meter? Wenn er schon Level 65 heißt, es gibt neue Ausrüstung. Aber der Doppelschlag ist doch eigentlich nur einfach geil. Na schön, da wären wir. Wonach sollen wir suchen? Hä? Schauen wir uns um und passt auf, dass wir nicht in eine Falle laufen. Vielleicht wissen die Vampire hier etwas. Hä? Was ist jetzt hier los? Da ist eine Main-Quest? Das ist doch scheiße. Da habe ich ja alle umgebracht. Hoppala. Soldat-Fragezeichen. Gebieterin, die erste Lieferung haben wir nun vollständig hergebracht. Meine Schwester ist fleißig. Damit werden wir die Vampire problemlos vernichten können. Wir sehen eure weiteren Schritte aus, Gebieterin. Ich werde die bereits verstärkten Soldaten sammeln und diese neuen Waffen testen. Oh, ach du Kacke. Und ich weiß auch schon genau, wo wir einmarschieren werden. Hoffentlich nicht in mein Schloss. Ich habe nicht mehr so viele Verteidiger. Macht euch bereit. Wir ziehen in Kürze los, Soldat. Wie ihr befiehlt Gebieterin. Ja, was heißt bekloppt, ne? Die ist halt eher so bezaubert. Nicht zu verwechseln mit bezaubern. Ach, ich darf schon wieder gehen. Cool. Diese Zwischensequenz will ich nicht nochmal sehen. Das ist aber dann schon sehr lange her, dass du die gesehen hast, glaube ich. Ein Vampire Stone 2 war die... Hä, was ist denn... Das muss ich jetzt nachschauen. Warum ist denn... Lege nach Atronus und finde raus, was dort los ist. Ja, ich habe... Also... Moment mal. Aber ich habe doch hier literally schon mal mit allen geredet. Und dann einfach alle versklavt. Oder gibt es noch wen? Ach so, okay. Ein paar habe ich anscheinend noch leben lassen. Ein paar, die mir ein bisschen sympathisch waren. Aber es ist doch die SideQuest auch in Atronus, oder? Oder bin ich blöd? Na? 2-0! Wer hat's geschossen? Geil. Ist das ein gutes Spiel? Verpasse ich was? Oder ist das, äh... Okay, das habe ich schon zehnmal gelesen. Damoni! Jawoll! Der braucht unbedingt Selbstvertrauen, Mann. Der verkackt so viel zur Zeit. Konferenz, die ist schon nice. Wie steht's bei den anderen? Wer spielt noch... Oh, City spielt auch, gell, oder? City gegen PSG, kann das sein? Die Schlacht war so intensiv, dass ich ganz... Ja, ja, okay. Also... Nee. Messi ist aber verletzt... Achso, ich dachte, Messi ist verletzt, okay. Äh... Ist hier ein neuer Dude gespawnt. Ach, was ist denn mit ihm hier? Der hier, Gohan. Ja, das hier ist ein Haus, das mir gefällt. Hier werde ich es richtig... Das hatten wir alles schon in Folge 50 oder so. Oder noch früher. Mercedes... Na... Ah, vorhin, okay. Ja, gut. Scheiße. Spielt Zlatan? Das ist die wichtige Frage. Proge gegen... Okay. Was mit deinem Cousin? Heißt der Mane, oder was? Der Mane! Mei, hat er wieder Tor geschossen in der Champions League, he? Der Cousin. Wieso ist Zlatan immer verletzt? Der kann nicht verletzt sein. Geil. Schreibt euch das auf. Fakten über Jester. Und Co. Also ernsthaft, ich habe ja echt fast alles ausradiert. Ich glaube, hier oben war die Quest, aber sonst... So wichtig bist du nicht? Doch, doch, doch. Hä, war der echt nicht hier? Dann war der ein, zwei da links. Oder die, oder wer auch immer das war. Mit der Quest. Ne, hä? Hä? Bin ich jetzt dicht? Dicht? Schläft der? Sag es leer. Ja, liegt immer noch hinten. Nice. Das gefällt mir. So, was gibt's hier oben? Nix. Nee, 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 das ist viel zu altmodisch. Man muss das immer live on Twitch lösen. Sonst kriegt's ja keiner mit. Hä? Ich dachte, das wäre irgendein Haus im Norden gewesen, aber da... Bin ich da nicht durch alle durch? Hm. Hier war ich doch auch schon drin. Vielleicht geht's einfach nochmal überall rein. Oder vielleicht war's hier einfach. Nee. Ja, ich ja. No! Da hab ich ja schon geredet. Dem da unten hab ich ja auch grad geredet. Oder? Schon, ne? Ja. Gibt's denn noch wen? Nee. Ja, ich weiß auch nicht. Schau, ich hör' ich den jetzt echt aus Versehen auch mal so mitgenommen. Wobei, dann wär die Quest ja als, äh, nicht... ...erfüllt abgehackt, ne? Ach so, ja, hier drüben könnt ihr natürlich auch noch... Hä? Die sieht doch fast genauso aus wie die, die ich schon fast gelobt hab, oder? So, vielleicht, denn das ganze Blut auf dem Boden zu dumm ist, so zu vergeuden. Das nächste Mal nur totstechen und nicht zurücksch... ...und nicht zerstückeln. Dann könnt ihr das Blut noch abfüllen. Kleiner Hinweis von jemandem, der das schon öfters gemacht hat. Du bist und bleibst ein krankes Schwein, Aska. Nun, bla bla, ja, ist mir egal, was du laberst. Der hab ich auch schon mal geredet, oder? Seh' ich, aber... Die machst du eigentlich schon mal... Ja, okay. Das könnte Askas neue Geliebte werden, eigentlich. Die ist, die ist ähnlich drauf wie er. Aha! Hier ist doch ein Wachmann. Was wollt ihr? Hast du irgendwas Verdächtiges gesehen? Ein, ein neues Gesicht in der Stadt? Oder jemanden, der generell verdächtiger aussieht? Ich mein, so wie ihr? Da hat er wohl nicht ganz unrecht. Nein, nicht wie wir, sondern jemanden, der sich seltsam benimmt und hier rumschleicht. Also genau genommen nehmt ihr euch seltsam. Fragt mich nach irgendwelchen Verdächtigen. Das ist seltsam. Ich glaube nicht, dass er uns weiterhilft, Aska. Hm. Moment, ihn kenn ich doch, oder? Kenn ich den nicht? Pst, hey, ihr. Wer spricht da? Kommt in die Kanalisation. Dort findet ihr das Buch. Ja, genau. Wer bist du? Und wo steckst du? Und wieso hört's der andere nicht, der neben mir steht? Keine Antwort. Diese Person will, dass wir in die Kanalisation kommen. Wir kommen der Falle also näher. Aber die Person hat das Buch erwähnt. Von ihr stammt also die Nachricht. Dann quetschen wir aus dem Wurm raus, was er über das Buch weiß. Rucket schmucket, steht noch? Ja, können wir schon machen gleich. In einer Stunde oder zwei. Haltet eure Waffen bereit. Wir gehen runter in die Kanalisation. Die Waffen bereithalten. Ein guter Hinweis. Geist. Was ist das denn für ein Kommentar, Walder? Danke für deinen Beitrag. Was redest du da, Kerl? Schon gut, lass uns runter in die Kanalisation gehen. Ich hasse das jetzt schon. Ja, die Kanalisation war doch... Ach, das hier ist die Kanalisation, oder was? Hä, war die früher auch schon da? Tür ist jetzt offen. Ah, wir sollten aufpassen. Ciao. Ich will meine Quest erst abgeben. Aha, der sieht doch aus wie ein Eismagier. Joa, da ist er ja. Guck mal, der... Wobei, der sieht ein bisschen aus wie Angry Joe. Kennt ihr Angry Joe? So sieht der aus. Ich spüre es, ihr habt den Zauber bei euch. Von euch strahlt definitiv eine magische intensive Wärme aus. So ist es. Wir haben ihn hier bei uns. Leider ist er gebunden in eine Rune, deren Macht nur einmal benutzt werden kann. Was? Das ist nicht gut. Denn ich brauche diesen Zauber unbedingt. Wie versprochen gebe ich euch einen mächtigen Eiszauber, wenn ihr die Rune mir überlasst. Ich muss verstehen, wie dieser Zauber wirkt. Denn nur dann kann ich meine Eiszauber anpassen, um übermächtig zu werden. Das ist eine sehr mächtige Feuerhune. Ich bin mir nicht sicher, ob du als Eismagier damit rumhantieren solltest. Vertraut mir, ich weiß, was ich tue. Gib mir die Rune. Ich hätte gerne Optionen, wo ich erst seinen Eiszauber leere und dann die Drohne doch behalte. Einen Joe. Hä? Ich meine, Asuka ist ja eigentlich mein Eisdude gewesen, aber jetzt ist er mein Feuerdude. Das ist quasi genau der Gegenüber. Gib ihn. Das kann man jetzt auf zwei Weisen verstehen. Aber ich gebe ihm die Rune schon. Glaube ich. Also kann ich den dann auch noch killen? Ne, dann benutzt er die sofort. Ja, aber Feuer, das Feuer ist doch lächerlich. Ne, brauche ich nicht. Oh, ich danke euch. Ich meine, zuerst gibst du uns den Eiszauber. Was? Aber ja, natürlich. Hier, ich zeige euch die Zauberworte, die ihr für mich einen besonderen Eiszauber sprechen müsst. Tödliche Eiskristalle. Natürlich kann das Asuka jetzt. Wer sonst? Das ist ein Throwback wahrscheinlich zum Alten. Und nun überreicht mir bitte die Rune. Ja, aber dann hätte ich doch jetzt sagen können, nein. Das ist die... Oh ja, Moment. Die ist ja regelrecht heiß. Oder wenn... Moment. Wenn ich die Rune erst benutzt hätte und dann gesagt hätte, ich gebe die ihm... Na, ist ja egal. Verdammt, das brennt... Ah, aber nein, diese Schmerzen. Die Rune brennt sich in mein Fleisch. Ja, okay. Eismarger und Feueroiden passen wohl nicht zusammen. Und ja, wer mit Kräften spielt, die er nicht beherrschen kann, sollte es lassen. Irgendwie hatte ich geahnt, dass so etwas passiert. Krieg ich die jetzt wieder? Oh. So dumm, dass sich die aufgelöst hat. Ja, warte mal. Hast du gerade zu mir gesagt, dass ich ein Assi bin? Ich denke, wir sind hier fertig. Lass uns gehen. 34.000. Menschlichkeit... Hä? Warum sinkt denn die Menschlichkeit? Das macht gar keinen Sinn, oder? Wer die... Hä? Hä? Okay. Na gut, dann bin ich halt jetzt noch ein unmenschlicher. Weil er Puff gemacht hat. Ja und, da kann ich nichts dafür. Was soll ich das wissen? Nur weil Aska schon sowas geahnt hat. Aska ahnt immer, dass alle sterben. Was bist denn du für einer? Hast du etwas Herrliches gegeben als einen blutigen Sieg? Mir fällt jedenfalls nicht viel ein, was dieses Gefühl ankommt. Sondern wenn die Beute nur aus unnützen Dingen besteht... Ja, okay. Ja, ist mir egal. Mach mal den Dialog weg. Ich will den jetzt bitte gefangen nehmen. Irgendwärtsschuldigung was. Ja, genau. Das passt doch... Warte mal. Na, ich habe eh gerade gespeichert. So, voll auf. Oder war der stark? Hm. Kann natürlich auch sein, dass ich es schon mal versucht habe. Hehe. Aber ich habe eh seinen Klon-Doppelgänger hier. Schatten-Doppelgänger. Auf meiner Seite. So, Alain. Greife auch mal einfach an. Na, warte mal. So. Ja, 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 okay. So, Schwäche. Mhm. Mhm, mhm, mhm. So. Das sollte ihn erst mal... ...schwächen. Ja, das sieht schon gut ab. Aber Asuka zieht besser ab. Ja, was macht Walna? Ich würde halt gerne... Ich würde halt gerne... Ja, wobei, verbrennen ist gut. Ja. Boah, schöner Hit. Es hört Alain so wenig aus. Ich glaube schon. Ah, schön, Mr. Wolf. Überlebt Alain das? Ich glaube schon. Der hat ja wenig Kaffee, ne? So, das sollte jetzt reichen, hoffentlich. So, das sollte jetzt reichen, hoffentlich. Unverschämtheit. Wae Hupen? G roz. Vierkrieger. Jawoll. Eine Sammlung. Eine schöne Sammlung. So, was ist mit dir? Bist du auch so fanatisch? Verdammt, dieser elende Soldat des hellen Kreuzzugs hatte mich bei diesem dermaßen flehenden Blick erbedacht. Blablabla. Ach, süß. Was meinst du? Ach, ich habe einem Soldat mein Schwert mit ins Herz gebohrt. Doch der Blick, den mir der Soldat vor dem Tod zugeworfen hatte, war eine Mischung aus purer Angst und wehleidigem Flehen. Was kümmert dich das? Er hat dir auch keine Gnade gewährt, wenn er den Kampf gewonnen hätte. Ich weiß, trotzdem kann ich... Okay. Gut, die... Die darf bleiben. Wir sortieren hier aus. Wir machen hier... Säuberung. Das funktioniert auch immer so gut. Es grenzt schon an ein Wunder, dass die ganze Stadt nicht in Flammen aufgegangen ist. Als wir angegriffen haben, alle Vampirmagier haben eine Menge Zaubersprüche benutzt, um die Wachen des hellen Kreuzzugs zu vernichten. Und da habt ihr keinen Gedanken daran verschwindet, als ihr die Stadt gestürmt habt, dass Feuermagie und Holzhäuser nicht so gut zusammenpassen. Walner hat mal was getötet. Walner tötet eigentlich sehr oft Sachen. Und Walner und Alain tun immer so unschuldig, aber die sind eigentlich genauso asozial wie Asuka. Nur nicht so offensichtlich. Behaupte ich jetzt. Menschen in den Häusern verbrennen, bla bla bla, ja okay. Unser kleiner Menschenfreund Walner. Mhm. Abstoßen, einfach nur abstoßen. Ja, dann kommt der jetzt mit. Der kommt jetzt mit auf die Wache. Moment, was soll das? Ja, Walner ist halt auch ein Lappen. Walner ist Vampir der Generation 3. Alain ist 1, Asuka ist 2. Heißt, der ist der Schwächste. Ja, ich hau hier erstmal ein Elementarschild raus. Moment, wo ist das hin? Da. Weil der Magie magiert mich ja weg sonst. Warte mal, ist Schwäche eigentlich auch gegen Magie oder nur gegen Angriffskraft? Ne, ich glaube Angriffskraft bringt da nix, oder? Ne, ich verbrenne den mal. Gute Freunde machen und dann ein bisschen drücken. Ja. Ist das wirklich seine Taktik? Ohohoho, Asuka. Oh. Hey. Ich mag das nicht, wenn mal ein Wehrwolf angegriffen wird. Mhm. 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 Ja, komm, dann macht der jetzt auch einen Angriff. Oh, mal ein Schmerzriss. Danke. Ohohoho. Oh. Noob. So. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit meinen ganzen beherrschten Leuten mache, wenn ich hier die Welt erobert habe. Ich meine, alle behalten werde ich ja nicht, glaube ich. Oh, was ist da denn? Übrigens, mega krasse Technologie. Guckt euch mal die Treppen an, wie man die einfach gehen kann in dem Game. Krass. Veriana. Hübsch. Blut oder kein Blut, das ist hier die Frage. Ja, okay. Geheimgang oder Geheimgang, das ist hier... Feuerruhne. Nice, jetzt habe ich Überschuss. Moment. Oh nein, ich habe mich im Geheimgang... Die geht jetzt... Geh weg. Ja, geh weg jetzt. Vielleicht muss ich die doch mitnehmen. Unfassbar, hey. Gut, gibt es hier noch was? Ne, dann gehe ich jetzt in die Kanalisation. Ne, ich glaube, das Blut reicht schon noch. Gibt es bestimmt eh wieder so ein paar Blutfest, die aus irgendeinem Grund entstehen. Wobei, ich könnte neue Ausrüstung kaufen. Ich meine, ich bin ja recht zufrieden mit Askers Ausrüstung. Und der Rest. Schauen wir mal, was es so in der Nähe gibt. Hm, ja, da oben ist eine Stadt. Ich sehe nichts, weil ich habe nicht hingeschaut. Ja. Du meinst sie mitnehmen, oder? Du. Aber, die Sache ist, ich nehme nicht alle Leute mit, weil sonst habe ich alle Leute. Verstehst du? Ich lasse nur... Ich lasse nur Leute leben, die nicht dumm sind. So. Quasi. Achso, ich will Ausrüstung kaufen. Hm. Das ist nie verkehrt. Oh mein, der hat Waffen und Tränke, oder was? Oh, Neukundschaft. Mai, toll. Zeig mal dein Angebot. Das ist ja gehören. Hm. Hä? Okay, wo ist der Waffen, Hans? Hier, oder was? Ne, der hat... Ah, hier. Dieses Drogenbrot gibt es wieder. Ah, ja. Morgen. Da seid ihr ja wieder. Was holt ihr kaufen? Alles. Der ist ja zuversichtlich. Plus. Ui. Das ist schon sehr geil. Aber. Doppelschlag ist ja trotzdem besser. Das ist auch sehr geil. Guck mal. 6, 6, 6. Nein, nein. Lol. Teufel und zickst hinein. Roffel. Boah, das geht ja... Also die Schwerter hier sind ja... Also die Schwerter hier sind ja... Die sind ja sick. So ein Stab. Brauche ich einen Stab. Brauche ich keinen Stab, oder? Das, was du denn kaufen hast, ist nie viel. Du hast den also einfach mitgenommen, hä? Unfassbar. Hast du jemanden nicht mitgenommen? Hast du dich mal gefragt, warum du das schlechteste Ende hattest? Ja, du hast tolle Preise. Bin auch die gleichen Preise wie alle anderen auch. 5 Geschwindigkeit finde ich immer noch nicht worth, glaube ich. Das kaufe ich für Walna einmal. Ja, und das ist nice. Ah, wobei... Gaufe ich nur... Wieso hat denn der eigentlich diese krassen Lava-Stiefel an, dieser Vampire? Achso, ich habe den ja gar nicht ausgerüstet bis jetzt. Oh. Okay. Ausrüsten. Nee, du brauchst das nicht. Du brauchst nur eine bessere Rüstung. Genau. Eberon. Der, der muss immun bleiben, sonst brennt der ja. Oder, also... Der Träger brennt. Und man schlägt immer doppelt zu. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der gar keinen Damage kriegt. Aber, ist ja egal. So. Das ist eigentlich echt krass, wie man in dem Spiel alle fünf Level viel krassere Ausrüstung hat. Eberon. Eberon. Hat das auch was gemacht? Nee. Was ist mit Helm eigentlich? Habe ich keinen einzigen Helm gekauft? Naja. Macht ja nichts. So, hier... Ach, der hat automatisch so ein Mithril-Schwert. Ja, komm. Mit maximalen Lebenspunkten. Haben die random Gegenstände? Oder hat das dem gerade automatisch mein Zeug gequippt? Weil, an den Ring kann ich mich nicht erinnern. Die ganzen Leute genommen für die ganzen Zellen bestimmt waren. Hast du dich da vorher schlau gemacht, oder wie? Oh, ja. Oh. Hallo, Kat. Das freut mich, dass du auch mal wieder hier bist mit deinem Raid. Grüß dich. Ich nur bekomme, weil ich was verkackt habe. Naja. Naja. Na, hallo. Was gab's bei dir heute Schönes? Wieder Final Fantasy, oder? Nur ich streame, ist keiner mehr da, wenn ich raiden will. Hehehe. Nein. Ja, das suchtest du ja richtig hart, oder? Also... Ich sehe dich selten was anderes spielen. So, erstmal speichern. Verkaufen muss ich nix, ich hab genug Geld. Hehehe. Das bockt halt auch anders geil. Ja, echt? Weiß ich nicht. Hab ich noch nie ausprobiert. Aber hab auch nur gutes Gerät bis jetzt. So, ab in die Kanalisation. Wobei, warte mal. Ich weiß ja gar nicht, ob ich da fürs Level hab. Äh, 65. Ja, hab ich jetzt. Aber ich könnte auch... Nö, ich mach erst doch die Side-Crests fertig. Tja. Sei mal schuld. Heute gibt's keine Bank-Crest. Timo-Bock. Timo-Bock. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. Schon dieser Will Smith. Danke für das Kompliment. So, ich meine hier irgendwas ist in Arena und irgendwas ist irgendwo anders. Weiter. Wobei, erstmal hier unten. Was macht denn das? Schloss Fahren. ein wald östlich von der solle monster sein unwesen treiben schloss fahrin war ja das hier oben da wo ich früher damals dass ich noch kein eigenes blutfass hatte da bin ich da immerhin wei weißt du was oh mein gott dank für die gs chillig jetzt bist du bist du auf der top liste ne wahrscheinlich nicht aber aber trotzdem mit den wieviel sind das sechs bits ich habe ja gar keine bits persönlich guck mal die an was ist das für eine pflanze diesen check ich nicht doch platz sieben es hat schon sieben leute gegeben die chilen krass ja nice so hier jetzt ich glaube erst mal den kleinen handsdampf an weil der explodiert wahrscheinlich auch keine witz ja wir sind halt arme schlucker sind auf solche leute wie alu angewiesen oder wie kakuli einer darf erst mal ein bisschen die finden ich bin immer noch platz ja du bist immer noch platz herrlich so mach mal so ein schmerzriss du bleibst an geil mann pflanzen die schlafen können sympathisch verdammt ihr müsst jetzt alle alu card folgen und ihm 30 bits geben so was machst du jemals valna was machst du jemals valna beherrschung letzter nebel schwäche jetzt hau der aber raus hier hype train incoming fragezeichen oh shit mein wer wofür ist oh mein goll ja genau hey hey spam spam alarm wann geht raus warum liegt hier stroh so walna darf jetzt aus und soll es mal oh mann es ist eigentlich schon frech ne dass man sich für einen cent so ein alert holen kann oder für einen bitte halt jawoll aber ich glaube ich niemanden hier im chat hat der fußball begeistert ist außer du aber aber ich bin's he he nice ey salar hat echt auch nen lauf ne und es geht weiter ich will auf jeden fall updates haben ja find ich geil ich hätte auch gerne updates falls real noch weitere gegentore kassiert weil das mag ich gerne so elaine ich mach jetzt den trick 17 schau mal abwehrhaltung damit die schneller dran ist danke für den bit alukat und dann mach ich blutstärke auf aska weil dann haut der viel stärker zu dank für den bit alukat danke für den bit donner danke danke oje warte mal was ist deine meinung das ist ja das sind ja ja gut aber also persönlich spiel ich auch gern fußball also kann ich das schon nachvollziehen warum die gerne dem ball hinterher laufen äh angriff frage zeichen danke für den bit alukat danke für den bit alukat also warte mal er geht dann in defense position danke für den bit alukat und macht so nen schmerzriss damit der ja wobei der der könnte fast sterben gleich aber das macht nix danke für den bit alukat ne zicke donner diesmal nice hehehe bam oh danke für den bit donner na ja wie scheiße wenn elf Leute hinter elf bellen hier laufen hehehe weiss ich nicht wär das scheiße wer interessant danke für den bit donner so so hehehe danke für den bit donner Naja, also wenn man es so nimmt, dann bist du der weibliche Zuwachs. Donner gibt es schon länger hier am Channel. Hast du meinst natürlich exakt diesen Stream hier. So, Walna, was machst du? Nix? Okay. Danke für den Bitt, Donner. 1. 1 reale Serif. Ichi. Ichi. Mann. Ruf mal bei reale Serif an und sag, die sollen verlieren und du gibst denen dann auch ein Bitt pro Spieler. Ja komm, der verteidigt weiter, der soll nicht sterben. Danke für den Bitt, Donner. Oh je. Na, ich weiß schon, wie ich euch dazu bringe, Bits zu spendieren. Danke für den Bitt, Donner. Zeichen hier jetzt eigentlich, habe ich hier die Kiste schon aufgemacht? Danke für den Bitt, Donner. Falls ich das jemals auf YouTube hochlad, wird das sehr verwirrend sein, glaube ich. Danke für den Bitt, Donner. Wenn ich für jedes Mal, wenn ich danke, sage, ein Bitt bekommen würde. Danke für den Bitt, Donner. Donnerwetter. Ja, das sind ja viele Bits. So, sieh doch jetzt erst der Blutstärke ballern. Danke für den Bitt, Donner. Er bringt jetzt irgendwie ein Dankeschön für den Bitt, Donnerwetter. Er bringt hier den anderen zum Schlafen. Und er macht einen Schmerzriss. Hoppala. Ich komme hier ganz aus dem Konzept. Hey, danke, Alucat. Ich kann natürlich jetzt auch Alucat einfach sagen, um dich zu nerven. Oh no. Danke für den Bitt, Alucat. Immun? Danke für den Bitt, Alucat. Yo, was gibt's noch? Gibt's dich auch noch? Ach nee. Ja, willkommen zu meinem Channel. Hier gibt's Content vom Feinsten. Danke für den Bitt, Alucat. Angriff. Danke für den Bitt, Alucat. Spam, please don't spam. Please don't spam. Please don't spam. Please don't spam. Was kann jetzt der eigentlich überhaupt? Oh no, danke für den Zapp. Was gibt's noch? Ich sag's dir, der Hype Train, der fängt gleich an. Das ist mir echt auch ein bisschen überfordert. So, jetzt machen wir jetzt den Nebel, da passt das schon. Please don't spam. Nice. Nice. Gut, so viel dazu. Ja, okay. Ja, Prost, ne? Jeder, der anstößt, der kriegt ein Stößchen. Die jetzt hier live on Twitch. Schau. Bam. Ich wäre jetzt zu langsam. Äh. Boah, ist das so ruhig auf einmal. Crazy. Ja, weißt du was? Der kann jetzt mal wild rumschlitzen. Der stirbt eh bald. Das macht der... Machen wir einen weiten Schwung. Habe ich noch nie gesehen. Ja, das hat er nicht besonders gut gemacht. Das hat er nicht besonders gut gemacht. Ja, Donner, hallo. Hab dich ja gar nicht gesehen. Aber jetzt hab ich dich genotest. Scheiße. Es gibt ja... Ja, gut. Jetzt weiß ich dann, wie sich der Jester immer fühlt, wenn ich in seinen Stream komme. Jetzt hört gut zu. Die alle pennen außer Asuka. Ja, so wie ich jetzt, oder? Weil ich da immer spam. Oh nein, Jason! Glückwunsch, Alucard. Du hast gerade Jason umgebracht. Der kann jetzt gerade nicht an Essen denken. Ich brauch keine... Ich brauch keine... KSH-KHJJJK. KSH-KHJJJK. KSH-KHJJK. KSH-KHJJJK. Ich freu mich einfach, dass ihr hier alle so... Die Möglichkeiten nutzt, die ich euch geb, weißt? Mit diesen ganzen komischen Command-S da. Ich geb dir gleich ein Barker. Barker-Sura geb ich dir. KSH-KJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Der Wehrwurf lebt halt immer noch. Respekt. Hast du ja Lu schon deinem Mars zugeschickt? Oni-chan? Nee. Oh, Oni-chan. Ich hab doch nicht mal ein Mars-Band, Leute. Oh, no. So. Ich sitze ganz gerade. Was mach ich hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Augen nach vorne. Ja, klar. Ja, wie viele Punkte habt ihr denn noch so? Boah, Asuka haut so rein. So schmackhaft. 22. Ja, okay. Der Wehrwurf, der war eh schon am Ass. So, die greift mit an. Ein paar. Ja, ich halte meine Preise ja mit Absicht günstig, weil ich unterstütze dieses Gespame ja tatsächlich. Das soll ja jeder Spaß haben und nicht nur hier. Keine Ahnung. Nicht jeder interessiert sich ja für meine Games, die ich da so spiele. Oh nein, mein beschworener Wehrwulf. Ein Asuka ist eh nur zum Beschweren von Wehrwölfen da. Verdammt, ich bin gegen den Gegner reingelaufen. Und Walna hat immer noch kein Blut. Aber habt ihr gesehen? Das hat einfach überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ob Walna jetzt mitkämpft oder dich? Da immer schön die gleiche Technik. Du kannst mir ja mal deinen neuesten Rapsong in der Stimme vortragen. Jetzt können wir auf. Jetzt kannst du dich. Jason kann alles, was mit Textilien zu tun hat. Hast du nicht seinen YouTube-Channel gesehen? Unfassbar. Ja, das ist cool. Ja, das ist cool. Ich glaube, ich erkenne das nicht mehr, wenn ich es mir durchlese. 1 Liverpool-Port. Der hat Step-by-Step, Heart-to-Heart, Left-Right-Left-Wall. Aha. Krass. Ähm... Was macht denn Wallner jetzt? Nix? Okay. Okay. Okay, Wallner, wo du dich aus? Du kannst ja eh nix. So. Ja gut, das Lied, das kennt man ja dann schon eher. L Ey. Stay Nach. Nein, mein Krieger! Jesus, der ist ja fast am Ass. Warte mal, sie kann ja auch schon lange den Schmarrn da machen. Wallner! Da gibt's jetzt einen fetten, fetten Heiltrank an den fetten, fetten Soldier. Der greift an. Der Bärwolf greift auch an. Der Messi immer. Ich mag halt schon Messi, aber warum schießt er denn Tore für diese Mannschaft? Shit, hast du echt so viele Aufträge? Oder beziehungsweise, das heißt Aufträge, ne? Na, das stimmt eigentlich. Wie ist das eigentlich? Du bist ja in so einer Firma, aber machst du auch selber Aufträge? Jason ist mega fleißig. Einer der fleißigsten Zuschauer hier. Okay, hier gibt's glaube ich nichts mehr außer diesen eigenen Gegner. Auf den hab ich jetzt keinen Bock. Ich hab jetzt Bock in mein Schloss zu gehen und ein bisschen Blut zu siffen. Mit dem neuen Prime Gaming Skin für Rama. Let's go! Jawoll! Du...